Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. Es geht weiter mit Motoren, mit Drehstrommotoren, also Elektromotoren insgesamt. Und ein Blick auf das Leistungsschild oder Typenschild zeigt uns, dass da immer so ein Sinn fällt, wo irgendwas mit Umdrehung auch steht und mit Drehzahl auch steht. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, was das genau heißt und sowas alles, will ich mal eben so ein bisschen klären, was der Zusammenhang von der Drehzahl und der Winkelgeschwindigkeit ist. Also n und Omega, denn in unterschiedlichen Formeln, also das Drehmoment oder sowas braucht man nämlich das Omega, da setzt man es dann ein und da wird dann ein bisschen klar, was damit gemeint ist. Will ich da mal ganz kurz darauf eingehen. Also Drehzahl, aber ich gehe vielleicht nicht ganz so hoch. So, fangen wir an mit der Drehzahl. Das sind ja die Umdrehungen pro Zeiteinheit. Also wir könnten, da habe ich immer so einen Kreis gezeichnet und einen Pfeil, und der Pfeil dreht sich innerhalb dieses Kreises. Und wenn er genau wieder an der Stelle angekommen ist, wo er gestartet ist, dann habe ich eine Umdrehung. Und wenn er dann auch noch genau zufällig eine Sekunde gebraucht hat, habe ich eine Umdrehung pro Sekunde. Oder wenn er dafür eine Minute gebraucht hat, habe ich eine Umdrehung pro Minute. Man kann sich das über sich als ein Rad von einem Auto oder als ein Karussell vielleicht von oben oder als ein Karussell von der Seite, also ein Riesenrad oder sowas vorstellen. Also dieses Riesenrad dreht sich einmal, hier oben ist eine Gondel, es dreht sich einmal. Und jetzt die Frage, wie lange hat es gebraucht? Ein Riesenrad vielleicht eine Umdrehung? Hat vielleicht eine Minute gedauert? Dann dreht sich das einmal pro Minute. Und wenn sich das jetzt zweimal in dieser Minute gedreht hat, hat es sich eben zweimal pro Minute gedreht. Also erstmal so die Idee dahinter. Dann kommen wir mal zu der Formel. Diese Drehzahl, die bekommt ein kleines n. und ist nichts anderes als der Unterschied vom großen n, also vom Drehen. Also wie oft hat sich das gedreht? Und welche Zeit ist dabei vergangen? Ist dieses Delta t. Also ich bleibe mal bei meinem Riesenrad. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es hat sich jetzt vielleicht zehnmal gedreht. Und es sind fünf Minuten vergangen. Also Delta n ist zehn. Delta t ist fünf. Zehnmal in fünf Minuten. Also dreht er sich tendenziell, ich kann sie zehn geteilt durch fünf nehmen, zweimal pro Minute. Die Einheit hat eins durch Sekunde, als SI-Einheit. Also man darf auch pro Minute und sowas natürlich auch sagen, macht man auch ganz oft. Aber die grundlegende Einheit ist natürlich pro Sekunde erstmal. Und jetzt bleiben wir aber beim Beispiel, was auch wirklich pro Sekunde ist, weil wir auf Motoren wollen. Also wenn sie das Riesenrad vielleicht vier Umdrehungen in zwei Minuten hat, hat jetzt mal mein Beispiel vier Umdrehungen in zwei Sekunden. Aber seit der nächsten Tatsache, ich kann auf dem Bruchstrich Delta n schreiben, also vier. Es gab vier Umdrehungen. Delta t, es hat zwei Sekunden gedauert. Dann kann ich die vier und die zwei natürlich auch kürzen. Also vier in zwei ist dasselbe wie zwei in einer Sekunde. Und man schreibt es aber nicht so, wie es hier in der Mitte ist. Sondern weil die Einheit ja eins durch Sekunde ist, schreibt man zwei geteilt durch eins vor dem Bruchstrich und das ist zwei. Also ich habe jetzt ein n von zwei. Zwei Umdrehungen pro Sekunde würde man jetzt sagen. Wenn man es hinschreiben müsste, würde man zwei eins durch Sekunde schreiben. Okay, soviel zu Drehzahl. Jetzt kommen wir zu der Kreisfrequenz. Oder ich mache es mal ganz, ich weiß gar nicht so. Kreisfrequenz, Winkelfrequenz, Winkelgeschwindigkeit. Auf jeden Fall diesem Omega, also dieses geschwungene W, ist der Buchstabe Omega, heißt dann Kreisfrequenz oder eben die anderen Bezeichnungen. Und ist jetzt nichts anderes als das, was das da oben war. Vorher habe ich ja gesagt, Umdrehungen pro Zeiteinheit. Und jetzt ist es einfach so, ich nehme mir so eine Bezugsgröße. Meistens wird das so gezeichnet, dass man hier so einen Strich macht. Und guckt jetzt diesen Winkel Phi hier einfach an. Also die Änderung des Winkels Phi. Also während da oben, wenn der einmal rum war, habe ich eine Umdrehung gehabt. Wenn ich jetzt, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Pfeil startet hier vielleicht waagerecht. Momentan ist er da. Und wenn er aber einmal komplett rum ist, habe ich 360 Grad. Wenn er zweimal rum ist, zweimal 360 Grad. Also, ich habe jetzt diese Winkelbewegung plötzlich in Abhängigkeit der Zeit. Da ändert sich aber gar nicht so richtig viel. Man muss halt nur zwei, drei Sachen wissen. So. Also, ich möchte jetzt wissen, wenn er sich zweimal gedreht hat, oder, ja, ich nehme erst mal zweimal. Er hat sich zweimal komplett um sich herum gedreht. Und dann habe ich zweimal 360 Grad umlaufen. Also, das ist mir kurz überlegen, 720. Und er hat dafür vielleicht, ja, sagen wir mal, es wird einfach für zwei Sekunden gebraucht. Dann habe ich hier oben 720 geteilt durch zwei. Das ist 360. Also, schafft er genau 360 Grad in einer Sekunde. So. Jetzt braucht ihr ein bisschen Informationen zum Gradmaß und Bogenmaß. Und wenn ich das in Grad, ja, hier beschreibe, nennen wir das Gradmaß. Also, mit 360 Grad, ja, rechne oder das nehme. Das wird nicht so gemacht. Denn die Kreisfrequenz ist einfach anders definiert. Sie ist nämlich im Bogenmaß definiert. Ist aber auch gar nicht schlimm. Stellt euch nochmal den Einheitskreis vor. Wenn ich, also, wenn ich die Zuordnung zum Winkel habe, ist einmal rum beim Einheitskreis 360 Grad. Wenn ich ins Bogenmaß gehe, gucke ich mir ja quasi an den Umfang des Kreises. Also, welche Strecke habe ich quasi hinterlegt, wenn man das mal so sagen will. Und im Einheitskreis könnte ich dann sowas sagen, 360 Grad ist nichts anderes als 2 Pi. Denn der Umfang des Einheitskreises ist 2 Pi R. Also, 2 mal Pi mal dem Radius. Der Einheitskreis hat aber den Radius 1. Bleibt also 2 Pi. Also kann ich auch einfach sagen, 360 Grad entspricht 2 Pi. Oder 180 Grad entspricht Pi. Und wenn ich in Grad rede, ist es das Gradmaß. Und wenn ich mit diesen Pi's hier umgehe, dann ist es das Bogenmaß. Mehr nicht. Also 360 Grad kann ich jetzt ersetzen durch 2 Pi. Dann befinde ich mich im Bogenmaß und muss in meinem Taschenrechner auch Rad einstellen, damit er das Richtige ausrechnet. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal in diesem Rad an. Also in dieser Kreisfrequenz oder Winkelgeschwindigkeit. Wenn ich 4 Umdrehungen und 2 Sekunden habe, dann ist es ja erstmal nichts anderes als, wenn ich einmal um den Kreis rum flitze, habe ich 2 Pi. Ja, als Geschwindigkeit zeige ich jetzt einfach mal. Oder als Weg, wenn ich diesen Umfang dann nehmen würde. Also zur Änderung nochmal. N ist für dasselbe Beispiel 2 Umdrehungen pro Minute. Und jetzt habe ich ja nichts anderes als, wenn ich eine Umdrehung habe, habe ich 2 Pi erreicht. Wenn ich 4 Umdrehungen habe, habe ich also offensichtlich 2 Pi mal 4. Also 8 Pi habe ich gerade, wenn ich hier 4 mal rum geflitzt bin. Und ich habe dazu 2 Sekunden gebraucht. Und ich habe es mal gleich so hingeschrieben, damit man es auch gleich deutlich sieht. Also das 2 Pi nach vorne hat ich alles mit so einem großen Bruchstrich. Ich habe 2 Pi mal 4, weil ich 4 Umdrehungen habe. Und ich habe dafür 2 Sekunden gebraucht. An den 2 Pi brauche ich hier gar nicht groß was ändern. Ich kann denselben Weg gehen wie bei den Umdrehungen pro Minute. So was ich sagen kann, 4 geteilt durch 2 ist dasselbe wie 2 durch 1. Also ich kürze. Und man schreibt es so eben halt nicht hin. Sondern man, habe ich ja hier schon behauptet, man sagt dann 2 Umdrehungen pro Sekunde. Und jetzt sieht man es glaube ich hoffentlich, dass n ist gleich 2 mal, also nicht 2 und als Einheit 1 durch Sekunde. Das habe ich hier auch, also kann ich offensichtlich an diese Stelle auch n einsetzen. Also ist Omega nichts anderes als 2 Pi n. Diesen Sachverhalt braucht man ganz oft, dass man das in Formeln an sowas einsetzt. Also man kann sich das vorstellen, die Umdrehungen pro Minute, das ist eine Zahl. Also ich habe, was ich mal vom Lehrer für gehört habe, was ich ziemlich gut fand ist 12 Eier. Das n stellt euch mal vor als 12 Eier. Und das Omega ist faktisch genau derselbe Ausdruck, das sagt auch was über die Anzahl der Eier. Nur dieses Mal sage ich es in Dutzend. Und das Dutzend ist ja 12. Also ich könnte sagen, ich hätte ganz gern ein Dutzend Eier. Das wäre jetzt quasi Omega. Oder ich könnte sagen, ich hätte ganz gerne 12 Eier und das wäre das n. Ihr seht, in beiden Fällen ist aber exakt dieselbe Aussage. Omega und 2 Pi n oder auch, wenn man das nachher als Frequenz hat, 2 Pi f, ist nichts unterschiedliches. Das ist eine andere Art, es darzustellen, aber mehr auch nicht. So kann man also sagen, dass Omega immer um genau 2 Pi größer ist als n. Oder n immer genau um 2 Pi kleiner ist als Omega. Okay, ich hoffe, ich konnte ein ganz kleines bisschen Verwirrung aus dem Thema nehmen, dass es gar nicht so schlimm ist, dieselbe Zahl nur in einer anderen Art und Weise dargestellt. Und ja, für hier soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.